moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren runde minecraft ja wir wissen auch beim letzten mal haben wir das gemacht hast du gerne den zimmer rammans haben wir schon mal rausgenommen ich war noch mal kurz online online bisher kürzlich immer also auch wenn ich unterwegs und ihr seht hier gerade ich habe eine kleine testbahn aufgebaut aber wir können uns eigentlich erst mal hinlegen im hellen lässt sich besser luschen und zudem können wir sowieso noch mal die lösche die 0 so so wird nämlich hier wie ihr seht mal ein bisschen test weil das aufgebaut ich habe auch noch ich hätte ein paar muss haben wir euch mehr gebaut weil ich das auch mit unterschiedlichen welche mal getestet habe wenn man jetzt reinpackt sieht man auch schön die werden rausgezogen das klappt also bis jetzt und die switchern hier längs erscheint so als ob da jetzt keine weiteren probleme zurzeit bestehen mit denen rohren sag ich mal dass wir also keinen stress zu weiter haben wäre schon mal schön eigentlich das heißt wir können demnächst eigentlich damit mal anfangen dem entsprechen aber was ist das denn hier guck mal hier überall sieht aber hässlich aus also das ist ein bisschen doof gemacht muss ich gar nicht sagen dass das gas jetzt durch luscht da sowie da auch muss ja nun nicht sein eigentlich kommt noch einer oben drauf und dann ist auch einer oben drauf und so wie ich das sehen hob da guckt auch wieder gras durch das ist dann sogar vielleicht leichter wenn wir wirklich so das machen da genau so ist ja immer noch da da oben auch noch ganz ok nehmen wir natürlich mit was immer noch da obwohl wir da sogar achten genau die ecke vergessen auszuhören ok ich würde ich das stück stoppt dafür ja auch noch der eine stahl haufen so 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 sieht das bis hierhin schon mal ganz schick aus aber so ein bisschen desperoben dass da die Erde des Gras durchgelusert ist nicht ganz so hübsch deswegen habe ich das halt genommen ich weiß noch gerade nicht ehrlich ob das hier irgendwie Frames frisst kann sein dass das Frames frisst ich wollte es nicht wir gucken hier eben nochmal da ist nix weiter wo was durchgewachsen ist und da sieht es bis jetzt auch ganz gut aus bam 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 badam bam bam ah das ist gleich der Bananenbaum ne jo der ist schon mal gewachsen siehst du wohl aber wir werden doch irgendwann eine richtige Baumplantage mal ansetzen hui blub 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 wie viel Platz haben wir denn gerade aktuell ok wir lassen unsere Teststation aber auch oben erstmal stehen einfach ach mist ist doof nehmen wir doch lieber eher sowas hier ich hoffe man hat jetzt den ja der ganze Tag jetzt mal gerade eben das Spiel nicht so richtig lief äh hatte ich in dem Moment den Fernsehen nochmal angelassen äh littlebit tv geschaut man hat der ganze Tag jetzt auszumachen jetzt besser aus sorry falls ihr ihn kurzzeitig gehört habt das war nicht mit Absicht so wo hat wo hat wo hat hier geblieben so dann können wir eigentlich die Hälfte von also das auch schon mal abbauen hier oder anfangen so okay klar logisch jetzt ist es voll das heißt wir hauen das jetzt erstmal weg hier so noch hier sind wir alles fertig vom letzten Mal oder was wenn ich jetzt aber eher gedacht dass wir hier schon wieder fertig sind so schief �ü so lala 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 loup 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 latte Na, na, bock, nehmen, nehmen, aber versuchen noch mal ein Feld unten abzubauen. Würzpflanze. Hier nehmen wir auch Miet, so. Die fehlen genau am Platz, das ist ja hier sicherlich, das passt jetzt alles rein, aber gut. Das, na komm, nehmen wir natürlich noch mit hier, blub, blub, blub. Hier, genau, das gleiche Spiel hier. Ah, die Baumwolle. Oder, doch, Baumwolle schon, ja. Oh, haben wir noch Platz, da fliegen wir das ja auch noch mit rein, hier. Nun bin cool, naja, aber das unbedingt nur haben müssen, aber gut, wir nehmen uns mit. Es gibt leckere Sachen, also die besser sind, aber gut. Wie gesagt, mitnehmen müssen wir es, ist besser so. Zack, 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 zack. Oh nein, 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 oh nein. So, das libt dann erstmal. Dann können wir hier oben noch das erst einmal abbauen. Das da drüben hatten wir schon mal abgebaut, das sieht man ja auch. Wir sind hier noch am Nachwachsen, das heißt, darum kümmern wir uns noch nicht. Das lassen wir erst nochmal so. Wir führen allgemein mal die Beständen, auf die wir noch nicht so oft abgebaut haben. Ich glaube, das hier zum Beispiel ist auch noch so ein gutes Beispiel dafür. Oh ja, jetzt ist es schön, man hört schon wieder die anbahnende Nacht. Hatten wir schon gesetzt, okay, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Welche Truhe ist jetzt näher dran? Wie es aussieht, wie die hier unten, wo die auch nicht so wirklich nah dran ist. So. Ich glaube, so hier wohnen ist was ganz Wichtiges nachher, was wir brauchen. Mal gucken, hätten wir vielleicht mal öfter schon abbauen sollen. Aber ist auch nicht so das Riesenproblem. Das hatten wir schon abgebaut, das ist ja nicht auch. Also können wir hier oben, uuuh, wieso sind wir dann Wasser? Wir nehmen mal Lauche erstmal mit. Ja. No, 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 no. Jetzt ist es tatsächlich dunkel. Schmal noch rein. Jetzt sind wir hier runter. Eine Eule. Schops gehört. So. Warum haben wir die noch nicht abgebaut? Hä? Ach, wir waren gerade an der, okay. Gut. Na komm her. Lalalalalalalalalala. Oh. Oh. Weil es abgesammelt sieht so aus. Dann interessiert mich das eben mal kurz hier, wie es hier aussieht. Das Wichtigste ist hier, wie heißen jetzt neuerdings? Reiselbeeren. Oh, die sind schon viele fertig sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nehmen wir alle mit. Den anderen Rides lassen uns erwachsen und noch das Seafood. Da ist jetzt gerade das, das erstmal wichtiger hier ist. So. Na, dann haben wir ruhig mal aufgekommen. Was wir haben, haben wir mitgenommen. Algen. Algen, 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 Algen. Gut. Das kommt noch ein bisschen Reis. Okay. Das ist auch fast komplett leer hier. Das bin ich der Meinung, hatten wir auch mal alle Felder abgebaut. Obwohl eins, doch, hatten wir hier vorne auch. Wir hatten auch da, da. Und das hatten wir hier auch abgebaut, genau. Ich glaube, wir haben alle mal soweit abgebaut. Hoffe ich mal. Obwohl Wintersquash. Ich glaube, ich habe mir nicht abgebaut. Nein, wir waren hier nämlich so gut wie gar nicht unterwegs. Ich glaube, bei dem hier nämlich. Zwar schon. Aber zum Beispiel Wintersquash hat man nicht, da die Bambuskflanze haben wir. Aber hier, ich glaube, die müssen wir auch mal abbauen. Auf jeden Fall sehr interessant. Hier hinten ist das wieder alles in Ordnung. Ich weiß ja, ob das an der Engine liegt, dass dieser Motor halt eben irgendwie FPS frisst. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Na gut. Nehmen wir uns erst mal kurz hin. Da haben wir unser Zimmermanns-Hammarek dabei. Haha, dann kommt es ja nicht gleich. Das ist mir ja letztens hier aufgefallen. Wir haben, glaube ich, auch die anderen Treppen mit dabei, ne? Ja, haben wir. Okay. Hier haben wir noch Stein dabei. Den können wir dann wandeln. Ach, das ist nur ganz normal, das nice Pflastersteine. Hier war es nur mal das nice Pflastersteine. Das können wir auch erst mal so lassen. Und dann müssen wir jetzt nutzen, dass wir hier einmal dahin und einmal dahin setzen. Dann unser Hämmerschirn rausholen. Also, warte mal, wie war das, wenn wir das Ding haben? Ah, genau. Jetzt ist es die vernünftige Treppe. Seht ihr das? So muss man das setzen. Ja, irgendwann lädt man da auch mal dazu. So, ich weiß nicht, wie lang denn es ist. So, wann haben wir noch gelangt? So. Dann wird das erst mal. Und da drüben müssen wir jetzt genau das gleiche Spielchen nochmal machen. Müssen wir bloß nicht mal gucken. Oh. Ne. Oh. Okay. Hier macht das direkt so. Sehr schön. Jetzt zwei davon haben wir schon. Das ist kleine Pflastersteinziegel. Okay. Kleine Pflastersteinziegel. Kleine... Da. Achso, wir bohren aber nicht alle. Lass mir nur zwei wandeln da rein. Kleine Pflastersteinziegel. Okay, pass. Was haben wir jetzt hier noch so? Mit leuchtender Tafel. Bruchstein? Bruchstein nicht. Pflasterstein, rissige Pflaster. Moment. Bruchstein. Das ist irgendwie beides Bruchstein. Hier ist jetzt mal der Bruchstein, wie der denn überhaupt aussieht. Ne, eigentlich nur einen. Und einen noch mehr. Ich weiß nicht, hier schwarzer Pflasterstein. Dann können wir nehmen mal den schwarzen und gucken uns den auch mal an gleich. Und dann können wir erstmal hier das Ding da hinlegen. Zack, zack. Doch, so ist es natürlich definitiv schöner. Ich glaube, das ist fast schon das, was sich nachher verbindet miteinander. Und das eigentlich auch ganz schick aussieht. Jetzt brauchen wir eigentlich doch noch einen zweiten davon. Ach ne, das war der verkehrte. So, ähm. Nehmen wir mal so viele. Ne, doch nicht. Das ist ja doch nicht. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es der ist, der sich da miteinander verbindet. Dann ist das doch nicht der. Das ist ja doof. Na gut, wer gibt es den da auch bei dem? Ja, gar nicht. Weiß es nicht. Da, der wäre das. Okay, warum ist das der Helde denn nicht? Hm, okay. Oh, der ist tatsächlich einfach schwarz. Ja, und der sieht auch richtig aus. Okay. Also wäre das noch ein interessanter Stein. Ah, der Virus ist das Problem. Was nehmen wir denn dann? Ach, den weißen hatten wir doch schon mal. Den haben wir doch schon mal angeguckt gehabt, der sieht doof aus. Die haben aber nichts an den Grafik jetzt schon geändert eigentlich. Ich weiß es echt noch nicht. Ich bin da echt noch überfragt, was wir dann nehmen, in der Hinsicht. Was ist das in Hitnice, Pflasterstein? Wo ist der Hitnice, Pflasterstein? Okay, das ist ja noch mal. Haben wir den gar nicht mehr zur Verfügung? Du, 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 du. Du, 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 du. Ne. Ist weg. Doof. Okay Gucken wir uns den mal an Na, vielleicht wird das was Lass uns stehen und auf uns wirken So Machen wir schon, ob er jetzt mehr bekommt Ne, irgendwie immer noch 5 Hm So, ich hab' keine Ahnung, ob das mehr sind wie vorher? Ich glaube schon Aber doch, sieht ja nach aus Ich hab' ja schon Ich hab' ja schon Ich hab' ja schon Ah, doch, sieht ja nach aus Ja, ich hab' ja schon Ja, ich hab' ja schon Ja, da scheint doch mehr zu sein. Wir müssen hier mal eben gucken. Okay, acht Stück, ich habe jetzt geerntet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na ja, gut. Ein bisschen wird jedenfalls. Da hin, da auch hin. Schade, dass man nicht immer wieder pflanzen muss, aber na gut. Doch nur zwei mehr. Na gut, gut Ding, wo wir beide haben. Hier habe ich auch noch keine Ahnung. Das wird wohl noch dauern. Da holen sie es mal eben ein bisschen leichter. So, okay, das ist einfach okay. Hey, das ist auch... Meine Maustaste ist manchmal ein wenig anstrengend. Schon wieder. Es langt. Dann entschuldige ich mich einmal kurz. So, wie er da... Okay, ich kann irgendwie weit. Ich glaube, das... Die, die, die... Ich glaube, ich muss mal ein wenig anpassen. Ach ja, mich stört die Maus gerade sehr, muss ich mal so nebenbei sagen. Vielleicht brauche ich bald mal ne neue, mal gucken. Hm, wo habe ich jetzt den Empfänger gelassen? Das ist jetzt an mich selber gerichtet. Ich glaube gerade gibt die Maus ihren Geist auf, weil guck mal hier, wenn ich drücke, das liegt nicht. Weil wenn ich rechtsklick drücke, das sieht es ja immer. Das liegt einfach nur, ja. Na, hier, wenn ich bauen will. Na, ist das beschissen. So, dann nehmen wir jetzt den Schüssel. Irgendwie läuft das hier auch, so. Ah, wir können ihn ja nicht zurück. Doch, wir können ihn ja in das Wort dran, was wir brauchen, ne? Das ist nur die Frage, was haben wir da jetzt? Ausgerichtete. Okay, wir haben Ausgerichtete. Ausgerichtete. Ah, ist das gerade nervig? Ja, es ist nervig. Ach, wir haben Ausgerichtete. Na ja, schmeißen wir weg. Guck mal, rechtsklick. Hier ist super, also wir brauchen nochmal zwei Stück jetzt erstmal. Wir müssen auch nicht zu viel davon machen. Meine Fresse, ey. Ach, das nervt einen gerade richtig an. Okay. So, jetzt ist mal das drumherum hier, einmal, dass man so sieht, auf jeden Fall nicht so viel. Na, komm. Na, komm. Ja, ist ein Tendis. Warte mal. Na? Ach, nervt doch nicht so rum. So, dann brauchen wir die Druckplatte wieder. Dann brauchen wir... ...das unserer Tasche. Äh, hast du das noch nicht ganz normalen Treppen? Stimmt. Das kann sehr gut angehen. Das heißt, dann müssen wir so... Okay, dann heißt die einfach mal wegkloppen. ...und wenn er das dann möchte, ne? Das ist ja natürlich die nächste Sache. Ähm. Kann man nicht wandeln. Das ist ja auch wieder ganz großes Kino. Ach, scheiße. Na gut. Hey. So. Da haben wir das jedenfalls schon mal ein bisschen gemacht. Ähm, so sorry Leute, aber ich kann jetzt erstmal nicht so spielen. So geht das gerade gar nicht. Ich versuche das mal in den Griff zu kriegen. Das ist eine sehr kurze Aufnahme-Session. Eine Folge. Aber gut, äh, das nervt einfach nur. Wir kommen so nicht voran, ne? Ähm. Ich gucke mal, was ich da machen kann. Dankeschön bis hierhin zum Zuschauen. Und wir werden beim nächsten Mal ganz normal weitermachen. Hoffe ich mal. Ciao, ciao.